Alter, pass auf! Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Alter, Alter, was ist... Wer ist er denn? Jo, Mann, die Froth, Alter! Jo, Mann, die Froth! Guck mal her! Guck mal her! Das ist so creepy, oder? Jo, Mann! Ey, Gusemann, hör mal auf, wie so ein Quatsch war. Alter! Wollt ihr uns verarschen, oder was? Yoga, fire! Also, der nette Mann wird sich gleich um euch kümmern. Und die Leute entscheiden jetzt, wer der erste ist, der gefoltert wird. Na klar, okay. Und die Abstimmung geht jetzt los. Let's go! Okay, es ist wechsen. Oh, okay. Kaffler, was wechseln, wenn er wechs? Na ja, du kannst es... Ich glaube, du kannst es entscheiden. Na ja, dann mach mein ganzes Bein weg. Ja, dann leg dich doch mal hin. Ich will eine zwei Stunden Handyzeit heute Nacht. So, hier, mach an meinen Pimmel. Eier! Ich hab zum Glück gar nicht so viele Haare. Ich bin ein Schwachbehaarter. Passt auf, dass ich keine Latte krieg. Alter, hast du es mal gemacht, Marc? Nee. Wegsehen? Nein. Hör auf, Alter. Ich muss da wegsehen. Da kann ich nicht hinsehen. Da muss ich wegsehen. Oh mein Gott. Ich bin weitwachs. Geil. Oh mein Gott. Kevin, 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 nein, von unten nach oben. Mach es richtig. Tu mir richtig. Kevin, voll da. Mach es richtig kurz. Warte noch ganz kurz. Ah! 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 Bibi-Bibi-Pupo. Oh mein Gott. Feuer der Hölle. Oh, Feuer der Hölle. Oh, Feuer der Hölle. Bier in die Nase. Guck mal. Bier in die Nase. Bier in die Nase. 100%ig, oder? Alter, du bist fällig, Mann. So blöd kann keiner sein. Guck dir das an. Das scheut, das scheut. Nee, es kommt richtig nach hinten. Das ist nach hinten. Ah! 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 Chill! Alter! Bruder, Alter! Es ist so Kohlensäure, Alter. Die Kohlensäure ist mein Gehirn. Okay, Marc, jetzt sind wir dran. Den Channel Chat, Kim. Warte, Kitzel, Folter. Ihr wisst das! Ah! 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 Ah, ja, Scheiße! Nein! Nein! Was muss er machen? Nein! Ja, die Feuer der Hölle! Geil! Die Feuer der Hölle! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Warte, ich stelle mich mal so davor, damit ihr sehen könnt. Der muss vorher noch durchschreiten! Der muss vorher noch durchschreiten! Der muss vorher noch durchschreiten! Der Feuer der Hölle! Komm her! Komm her! Komm her! Oh mein Gott! Ey, das kannst du nicht mehr! Das ist gut aus Schülern! Nee, das geht nicht! Das kannst du nicht mehr! Doch, Mann! Jens will doch heute noch beantworten! Die ganze Tüte rein da! Die ganze Tüte rein da! Die ganze Tüte rein und dann... Ey! Die Arschmacken einfach so aneinander! Wie bleib ich jetzt... Ah! Ich... Ich... Ich kann nicht... Ich kann nicht mehr! 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 das war nicht abgemacht also ich krieg das ist raus direkt badewanne gleich beendet zerstörer zange da war keine raus da ganz langsam okay das machen die frauen jeden eins am spiegel alleine nummer eins ja mal zwei kommt jetzt kevin folter hat sich aber erschrocken eine noch kommen da ist ja da ist sie und tschüss ich kann nicht sehen wir richtig jetzt kommen los ne drecksmaterial ich würde ich würde ich würde ich würde ich würde die brennesseln machen haben wir schon nie aber ohne witz ich habe ja heute bei dem sportspielen schon vier du karten für ihn organisiert also würde ich dann die du karte dann das ablehnen richtig du kannst glaube ich nicht ablehnen bleibt der steht im eingang wende wendung hier ist möglich der weg ist versperrt aber das jetzt echt machen jetzt kommt der arme dicker nachdem ein 30er kam ja ja das ist immer so immer so wie würden wir das jetzt gleich wieder rausbekommen juckt das krass das juckt so schnell juckt so schnell auf einmal war noch mal so puppe backen bisschen auseinander wenn ich jetzt aufstehen das immer zwischen den beinen ja das geht an die eier auch oder was machen wir jetzt also wenn ich jetzt aufstehen dann war es das was soll das aber wenn ich jetzt aufstehe ist es ja in meinen ganzen bein füße schenke roll dich runter weil du gehst in die hose und nicht an deinen links an den schenkel was soll das eben war es richtig super weißt du was von händler werden alle ich soll es auf geschissen und nicht abgewischt nach und drei stunden vergangen voll bock jetzt so dreieinhalb stunden nach hause zu die brennissen ist das schlimmste oder würde ich nein ich hätte lieber die brennissen bekommen als die kümmer okay kein problem ich stelle mich der rätsel alle sagen rätsel ja es ist alles egal was wir haben bauch ist abgemacht dazu muss ich hier gehen und quasseln nicht so viel oder richtig drauf ja man sich frische brennissen von draußen oh geil richtig saunabahn gegen die hand das war das fahrer das ist ja ganz komisch jetzt gerade hier zeig mal das ist doch berlin tag und nacht acting da ist gar nichts das ist ja das ist ja richtig brenn ist zum ersten mal brennissen bleibt bekommen ja hier an der seite sieht man noch ein bisschen zeig mal der hand jetzt auch aufzimmer braucht man sieht es gar nicht in der kamera doch man sieht hier in der licht ich sehe hier noch nicht kann man sehen wie gerippt ich gerade witten jetzt sehen hier die einzelnen sixpacks hier habe ich die definition gut rausholen können krass er erzählt man so da sieht genau aus wie mein bauch jungs ganz ehrlich das kitzel vielleicht gar nicht kitzelig das heißt sind die klammern leute war hat die klammern das tut zähl weh ja von mir ich bin doch kitzelig dann ist es auch wenigstens witzig ja übertrieben warum ich überhaupt so dumm um sagt das hier das ist doch irgendein trick nein ich bin doch viel zu blöd für tricks guck mich an ich bin kein nack gewissen und ich glaube baller die mir rein brettan sogar so asozial das ist schon mal so zähl es ist schon mal so zähl da ist noch juckpulver dran mach schnell ich muss die oster oder halt der macht extra ein bisschen länger ja bei mir machen wir das der russer der hält schon aus auf die zeit läuft ab jetzt ein oh den hast du sehr stabil dran sind auch ein bisschen aus wie wenn man beim friseur bleibt beim wie die elfen die von mit dem drachen kam digga die elfen die wollen mit dem drachen kam sprühen wir noch mal aber geht doch tränen die augen die augen tränen ja hör auf junge reicht das tut doch gar nicht weh du tust doch nur so guck mal wie geschild der ist bruder komm wie fett hast du gehört wie ist es jetzt für dich gerade wie ist es nase zieht nase zieht ich überlege wie die das hier zusammengenäht haben da meistens zucker bleibt aber wie fühlst du dich jetzt gerade wie fühlst du dich dabei ich fühle mich gut es ist doch es ist doch es ist schön 10 sekunden jetzt zieht's nase nase zieht aber doch bringen wir hin 3 2 1 jawoll hey slavik stark was überlegst du ich überlege wie die das hier zusammengenäht haben das ist eine sehr interessante frage an dieser stelle den props haben an die was hast du hä was ist da los ich hab deine hand gebraucht ich habe schon bei montana gesehen ich habe schon bei montana gesehen wie lange verhalten junge bleibt bei euch in griechenland bleibt alle die haben gesagt es kam bis zu vier jahren dauernd bis der knochen wieder ich hab dich mal sorry alles gut komm ich mach dir wieder kühlpäck bleibt setz dich neben dem zwei ist das ding stabil genug ich will 160 kilo aber ich finde das werden wir gleich sehen ja doch locker ist nicht schlimm ist gut hier arbeitet der arschloch aber fern der arschloch war ja aber hä was genau wird das jetzt hier ihr sollt kein geschlechtsverkehr du hast doch gesagt auf den bauch du hast doch gesagt auf den bauch du hast doch gesagt auf den bauch original zwei sagen muss ich mal die schuhe ausziehen bitte Bruder ich dachte ich wurde schon gefoltert bleiben warum soll ich weiter gefoltert werden jetzt auf den Augen jetzt komm Bruder ich hab links ein bisschen Fußpilz nicht entschrecken Halt's zum Maul halt ich muss pinkeln also dann gebrochen hey was bist du denn für einer hey Digga warum riechst du da dran warum machst du das nirg mal einfach so ne das wird nix wir müssen anders dehnen Bruder das das sieht nach einer Vorbereitung für eine Pantra-Massage aus guck wie er es genießt dann guck dir diese ich hab noch gar nichts gespürt du kitzelst wie ein Mädchen jetzt wirds leicht hey null kitzelig null hier ist meine Strafe die Strafe ist wack hast du verkackt gib mir meine Kohle bist du hier kitzelig nein hä komm wir warten hier hier komm doch nur halte deine Haare nein ich bin nicht ich bin halt hier komm jetzt nein nein ey du hast mich in den Digga reingekickt Digga alles gut alles gut alles gut alles gut hat mir nur die Hüfte aufgeschlägt gar gar mehr weiß ich die schreiben alle Feuer Feuer was schreiben die die schreiben alle Feuer Feuer alle wollen Feuer Falsch Ritze ja Ritze Ritze was hab ich gesagt aber wir hatten Ritze schon da kommt der Heimann-Kanacke ich hab gesagt hey du gehst jetzt schon Ritze Ritze go down go down man hat gesehen für Paisaka wo sie war das Kitzeln auch zu lächerlich wack ja oder hast du gesehen wack komm sag drei und fertig eins für eins drei drei Stück drei Dukaten wir wollen seinen Spaß haben für vorne ja was vorne Bruder ich ganz ehrlich komm bitte jub zwei Mal ey das ist schon natürlich heftig boah der jubt es nicht Bruder der gibt keinen Furk macht ihr jetzt Bruder der wird mehr gedämtigt der Henker bleibt oder Pfizer nicht verfehlen gar nichts wackel mal Bruder halt's Maul das kann doch nicht sein Junge was hast du da unten Blatt Anaconda Bruder das muss doch brennen so wack Leute ich bin Afghaner Alter wisst ihr was wir foltern nennen und lieber Chat freut ihr euch dass keiner eure Foltermethoden ansatzweise Wirkung auf mich hatte hee 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 heh hee hee show Đây is impression einer z ubischung Folge 美國 oder Bis zum nächsten Mal.